Topfgucker TV empfiehlt Jetzt ist der Herbst gekommen, nach einem Jahr, das für uns Landwirte in Deutschland und gerade auch in Sachsen ein sehr, sehr schwieriges war. Die hohen Temperaturen und die fehlenden Niederschläge haben gerade bei den Betrieben, wie ich ihn führe, die vor allem auf dem Futterbau konzentriert sind, extreme Lücken in der Futterversorgung hinterlassen und auch die Ernte beim Hanf war dieses Jahr nur sehr unterdurchschnittlich. Die Futterversorgung unserer Tierbestände ist äußerst angespannt und gerade die Tiere, wie ich sie hier auf dem Hof halte, die also weit in den Spätherbst hinein noch auf den Weiden sind, haben dieses Jahr mit sehr, sehr knappen Futtermengen zu kämpfen. Sie sind heute hier bei mir auf unserem ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaftsbetrieb in Seifersdorf am Übergang vom Mulde-Lös-Jügelland ins Erzgebirge. Unser Betrieb ist ein mittelbauerlicher Betrieb. Wir haben Rinder und betreiben Ackerbau. Bei den Rindern handelt es sich um die Rasse Galloway, die wir für die Landschaftspflege und für den Naturschutz, der in unserem Betriebskonzept eine ganz bedeutende Rolle spielt, einsetzen, um unsere artenreichen Grünländereien zu nutzen und gleichzeitig zu pflegen. Seit einigen Jahren ist es uns gelungen, eine alte Kulturpflanze, den Hanf, wieder in unsere Fruchtfolge zu integrieren. Der Hanf ist eine für den ökologischen Landbau sehr interessante Kultur, da er wenige Schädlinge und wenige Krankheiten anzieht und als schnell wachsende, dicht stehende Pflanze die Unkräuter sehr, sehr gut unterdrückt, sodass kaum andere Maßnahmen der Unkrautbekämpfung oder Regulierung notwendig sind. Das Produkt beim Hanf ist die Hanfsaat und die Faser. Wir ernten die Hanfsaat mit unserem eigenen Mähdrescher, reinigen und trocknen diese und vermarkten sie dann bei uns im Hofladen für die Leute, die dieses Produkt schätzen, in diesen kleinen 500-Gramm-Abpackungen für den Direktverzehr oder in größeren Gebinden an die Ölmühle in Durntal für die Erzeugung hochwertiger kaltgepresster Pflanzenöle für die menschliche Ernährung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.